Pink. Hier. Ah. Achso. Okay wir gehen mal in die Ruhe. Ich glaub hier war ich auch schon mal. Ach. Ja wir haben ja noch die Maximin Power. Die können doch mal oben schauen. Vielleicht kriegen wir da irgendwas aufgeklärt. Okay. Oder weh. Äh bitte auch das umliegende Gelände im Auge behalten. Wegen der Patrouillen die hier theoretisch laufen müssen. Ost gesichert. Verstanden gesichert. Norden sicher. Ja. Östensicher. Eckart wo sind die Gegner? Gegner? Es gibt keine Gegner. Orchse. Daka, 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 daka. Also ich sag mal so. Der Commander hat mit irgendeinem Skript irgendwas getestet, was tote Einheiten löscht. Punkt, Punkt, Punkt. Gedankestrich. Ja solange es nur die Toten löscht. Ja. Naja. Auf der Mission für das nächste Wochenende oder so wieder kommen soll, hatten wir kurz das mit den Rauchgranaten getestet und auch die lebenden Einheiten waren weg. Oh, das ist praktisch. Jetzt gucken wir mal ein CC rein, ob da überhaupt was ist. Nö. Ich spoilere es nicht. Ich habe gerade eine neue Einheit gesehen. Okay. Wo denn? Da fliegt schon wieder eine Drohne. Aber es sind nicht alle in den Häusern drin. Es gibt keine einzige Einheit, die patrouilliert. So wie ich das sehe. Ach so. Du hast schon... Stimmt ja. Wir hatten ja schon mal Kontakt. Oh, dann gibt es Häuserkampfer. Oh, geil. Mit einer Sniper. Oh. Wer schießt um wo? Aus Westen geschossen. Die Drohne fliegt aber ganz schön schnell ab. Oder war das im Westen? Äh, im Westen kann ich gerade nichts sehen. Ich habe da aber Schüsse gehört. Es könnte eventuell auch Nord-Ost irgendwo gewesen sein. Ich bin gerade mit dem Fernglas am Aufklären. Nord-Ost sehe ich auch nichts. Aber I can't see a shit. Westen frei. Ne, Nord-Ost ist auch frei. Okay, nicht lange rumeiern hier. Äh, wir gehen weiter. Und schön Augen offen halten. Zwei bereit. Eins bereit. Vier bereit. Wo ist denn eins? Wo ist denn eins? Oh. Oh. Oh, oh, oh. Hier. Das war dicht. Das war im Westen. Im Westen. Aua. 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 Geh in Deckung. Leg dich hin. Ich kann nicht laufen. Leg dich hin. Geh irgendwo in Deckung, da verarzt ich dich. Komm hier hin. Komm hier zu mir. Hier hinten. Nächster Kunde. Aua. Toi. Ausgeschaltet. Einer. Einer. Zwei. Komm. Boot, boot, boot. Okay, schön liegen bleiben. Nicht bewegen. Äh, dein rechtes Bein ist getroffen. Du kriegst jetzt erstmal ne schöne Ader. Äh, Klemme. Weil. Hier auf Sadum Masu. Jaaaa. So. Rechtes Bein. Und dann kriegst du jetzt einen elastischen Bauch. Nein, das ist der rechte Arm. Äh, Klemme. Der elastische Haarband. Verwechseln muss ich meinen rechten Arm mit meinem linken Bein. Ah, ich hasse dieses Menü. Wirklich. Ohne Witz. Das ist so kacke. So, rechtes Bein. Okay. Ist wieder... Wieder in Ordnung. Jetzt kann ich die Tornikette nicht empfinden, weil ich das Menü nicht weiter runter machen kann. Äh. So, bleib liegen. Ja, hier kannst du gleich besser drauf zugreifen. Hast du Schmerz? Ja. Ah. Dann kriegst du von mir jetzt einmal Morphin. Ja. Bitteschön. Jetzt müsstest du eigentlich wieder einsatzbereit sein. Solange mein Herzschlag nicht so tief dann... Deinen Herzschlag wirst du jetzt hören, aber das reguliert sich wieder. Nichts? Ja. Ich bin schon mal deswegen gestorben. Ich muss wieder überlebt werden. Alles gut. Okay. Danke. Ja. Um das Haus rumgehen. Nichts Sieben-Ost. Ich bleib vorsichtig aber bei dir. Ja. Noi. Ich höre schon. Wer noch lustig. Ich komme mit der Strahlung entlang. Grob. Ich habe nur einen zweiten Marker hinzugefügt. In dem Gebäude ist noch einer. I can see your shit. Ich hab. Ich hab. Das ist nix. Ich könnte ja mal mit der 9,5mm durchballern durch die ganzen Häuser, aber... Hier ist nicht mal scheiße, Sir. Wir bleiben so lang es geht, äh, Modus leise. Ist doch. Bescheid einfach. Und die Kugel macht keinen Lärm. Ja. Ja. Wissen wir jetzt von wo wir beschossen sind? Abmarschbereitschaft wiederherstellen. So wieder. 1. Abmarschbereit. 2. Bereit. 3. 4. 4. 5. Auch. Aushören. Ago ist 1. Hier vorne. Ja. 1. Ok. 2 geht. 3 geht. 4 geht. 5 und Kuppe geht. Aber du hast mich überrundet. Ey. Ey. So. Ich bin dran vorbei. Ach so. Schuss von links. Schuss von links. Von links. Richtung 2. Also Richtung 300. So 317 oder so würde ich sagen. Jetzt so auf den ersten. Geräuschpegel hin. Ne. Au. Oh. 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 Die schießen auf den Medic. Ausrichtung 259 in der Westen. Dann schieß zurück. Ich seh's doch nicht. Ja. Wo weißt du dann welche Richtung das ist? Ja. 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 Soll ich die aus dem Winkel einschlagen. Dann komm ich zu dir. Das ist sicherer. Ja. Oh. Das war nah. Mal gucken was der Puls macht. Mal gucken was der Puls macht. Der ist ganz gut. Ich hör'n zwar aber. Ist ok. Hat die schon einer gesehen? Negat. Ich vermute 250 in oder an dem Compound ist der auch. Da wo eben schon der Kontakt war. Nördlich ist ein Gebäude was ein Fenster in diese Richtung hätte. Da könnten wir vielleicht im DM mal reinschicken. Also ein Gebäude mit zwei Stockwerken. Ja. Ausfüllen bitte. Medic geht mit. Alles klar. Chris. Hier vorne das. Auf lauf 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 lauf. Der Rest zieht den Kopf ein. Hier hinter dir. Ok. Ich hab' auch vollautomatisch gestellt. Sicher. Jawoll. Links sicher. Ok. Rechts ist frei. Geh' dann erst die Treppe hoch. Ja. Ja. So ne Alternative. Geh' sicher. Ah. Fuck. V. Im Zweifel dann wenn sowas passiert sofort V drücken. Wecker. Jetzt soll ich noch mal gucken. Der ist sicher. Alles klar. Und nach hinten raus ist auch ein Fenster dann gleich. Wenn wir den Raum gesichert haben. Entweder bleibt er da hingucken. Ja. Ja. Gebäude ist gesichert. Perfekt. Mal gucken ob du da vielleicht da hinten in die Richtung raus sehen kannst. Ansonsten hier vorne sind auch noch Fenster und Balkons und viele freie Fläche. Ach der Herr hat mehrere Fernrohre. Ah. Kontakt. Kontakt. Richtung. Christopher auf meine Position. Richtung 239. Feindlicher RPG Schütze. Neben dem Haus. Siehst du ihn? Negativ. Siehst du das Gebäude? Ja. Alles klar. Wir bekämpfen den Feind. Äh. Er ist down. Okay. Ich geh' mal auf Fernglas gucken ob ich da noch was sehe. Oder ist das eure Schlüssel? Das sind wir. Scheiß hau uns nervend wieder. Wieso hast du noch Blascore oder sowas am Rennen? Eigentlich nicht. Ja der ist down. Scheint auch keiner mehr zu sein. Konnte der uns denn da sehen. Oder gut kriegen. Feindlicher RPG Schütze ausgeschaltet. Äh. Derzeit keine weiteren Feindkontakte zu sehen. Ja. Super. Dann an der Strasse. Wird Abmarsch-Breitschaft herstellen. Wir gehen jetzt in die Stadt. Na da freu ich mich aber. Ja. Wir gehen jetzt einkaufen. Zwei bereit. Direkt neben ein. Alles bereit. Äh. Warten wir hier auf die Breiten oder gehen wir hin? Ne. Ich glaub wir gehen mit. Ach. Kreuze. Hehehe. 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 Eins geht. 2 geht 3 geht 4 geht Wie siehts aus? Sichern wir jedes Haus? Negativ. Im Umkreis von 50 Meter ums Zentrum, welches markiert ist. Aber vorsichtig, wenn an den Häusern vorbeigegangen wird. Feindliche Einheiten können auch in den Häusern schnarchen. Verstanden 1 geht weiter 2 geht 3 4 geht 5 geht Kreuzdeck, Kreuzsicherung 1 geht 1 geht 1 geht 2 geht 1 geht 2 geht 2 geht Ok, langsam weiter vorrücken 1 2 geht 3 geht 1 geht 1 geht 2 geht 2 geht 3 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 geht 4 geht 4 geht 4 geht 5 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 geht 6 geht 5 geht 4 geht 6 geht 5 geht 5 geht Direkt hier gegenüber der Straße, bleibt's Könnt ihr den sicher ausschalten? Ausgeschaltet Ähm, John, ich werde jetzt das Haus hier links auf der Straßenseite nehmen Ihr werdet langsam hauswärts Haus auf der rechten Straßenseite vorgehen Wir sind so super special Läuft aber ganz gut Ja, prinzipiell schon, ja Na, ich bin dran Ich steck immer noch nach hinten Ich spiel Okay Ich kann hier drinnen keinen sehen, ich geh rein Linkschen, okay Bist du noch? Flur ist frei Raum ist clean, Haus ist clean Okay Gehst du vor? Ich zieh das Kaputte Haus Achso, hier in dem kaputten Haus ist definitiv einer Der eine, der ausgeschaltet ist, war wahrscheinlich der, den ich gespottet habe Und hier drinnen müsste noch einer sein Ah! Ja! Flashbang von mir Ich geh Ausgeschaltet Lass noch einer, lass noch einer, pass auf Ausgeschaltet Ich geh nach oben Geh rein, Achtung Der ist nur verletzt Äh, ich bin oben Äh, die Häuser, die geklärt sind, bitte mit grünem Punkt markieren, sofern möglich Sichtkontakt Richtung, äh, 317 Grad, äh, einstöckiges Gebäude, äh, ein Feind mindestens, kommen Verstanden Ähm, direkter Treffer möglich, Frage? Eventuell hab ich schon schon ausgeschaltet, ich kann's aber nicht genau sagen Kommen Ich hab da einen ausgeschaltet Gut, dann im Hinterkopf behalten und, äh, wenn Zeit, äh, sicherstellen, dass Feind nicht mehr wiederkommt Ende I'll do my best Warte Äh, ich komm wieder runter Okay So, wenn wir hier hinten rausgehen, dann könnten wir theoretisch aufs Gebäude direkt zugehen Äh, ja, ich hab da eben, äh, schon draußen einen gekämpft, an dem rechten Fenster Achso, ja, genau, rechts Fenster war das, genau Chris? Ah, ist schon da Der wollte mich nicht hier reinlassen Der Sausack Scheiße, ich hab ne Mücke hier drin Mein Schalldämpfer abmachen Ja Dürfen wir die Schalldämpfer abmachen? Wieso? Dürfen wir wahrscheinlich die Patrouillen? Dürfen wir die Klinge an Wird ja Okay Ja 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 Und die Kling, äh, Klinggrünes Licht für 40mm Yeah Achtung, äh, da vorne in dem Haus, da war bestimmt ein Gegner, oder? Hab ich auch gehört, ja Da muss mindestens ne Granate rein Mindestens eine, ja Treffer Ja, Testo Ey, ich hab nur noch 29 Unterlaufgranaten Muss man sparen Wurzellig, der geht dann So, dann machen wir weiter hier Okay, Brody geht vor Natürlich geht Brody vor Ja, der hat ja die 40er Achtung, Tür offen Ja, genau zwei Tote Der eine ist durch meine Unterlaufgranate Definitiv gestorben Und den anderen hab ich erschossen Bei einer Blutfontäne Hab ich aufsteigen sehen Hier rein Bei deinem Schuss, oder? Ja, bei meinem Schuss, genau Okay, vielleicht dass du ihn doch brauchen Egal Achtung, Monty Hinten drin Verdammtes Russenpack Wo ist ein Coding jetzt schon wieder hin? Ich bin außerhalb Ich spring über die Straße Kannste hinterher Bin durch Oh, es ist Kling Das wird jetzt hier irgendwie die Nadel am Heu raufen Kann das sein? Ich glaube, wir müssen weiter nach Süden Ja, ich denke auch Richtung Richtung 167 167 geht Äh, funk mal Funk mal Eckart an Ich hab schon länger nichts mehr von denen gehört Und gerade eben gab's Kampfgeräusche Wir sind auf Südenstation, ja Hecker, Status? Äh, Grün werden aus dem Nachbarbebäude beschossen, irgendwie Wir müssen hier rüber und dann Ja Ich geh ins Haus Ich geh nach oben Oben ist gesichert Ah! Geht's dir? Äh, ich hab voll einen abgekriegt Vorsicht, nicht Weg vom Fenster, weg vom Fenster Ja, du hast linker Arm Ja, ich bin schon dabei Schätze ausgeschaltet Alter Hat mich direkt umgeworfen, die Kugel Ja Als ob der hier gewartet hätte Und nur auf dieses Fenster geschaut hat Hat er! Hat er! Ich hab's gesehen Der stand da und Penner Du Drecksack, ey Zeig dir mal, was Amerikaner können Okay Ich hau da noch ein Automatisches drauf Alter Drecksack, ey Sind die da? Jetzt ja Okay, wir haben gewonnen Okay, alle bitte unten auf der Straße sammeln Sofern keine Feinde mehr bekämpft werden Ich muss mir erst Medikamente spritzen Vorsicht, jetzt können Können noch feindliche Einheiten bekämpft werden Toll, jetzt steht da rechts diese Meldung Oh, da war wirklich noch einer Echt jetzt? Oh, es gibt Tatsache, es gibt nur noch Gegenfeuer nor no Wo Chisch Wir machen das Wir- Werden wir erst einmal runter, oder? Ja Coding Eckart Status Grün Äh nicht mehr grün Wo ist denn Eckart Position Äh unten in der Haushecke beim John Die beginnt hier durch Außerhalb, direkt neben der Straße Jawoll Rechter Arm so ähm Elastischer Verband Nicht rumkümmern Die sind glaube ich hier direkt hinter Kann das sein? Ja die sind, wir können hier vorne wieder durch Beziehungsweise du könntest mal die Straße runter gucken Ob du da was siehst Ich hab noch was Einmal Schmerz könnte ruhig helfen Ähm Mal sehen wer hat der Kopf Nimm das Rohr aus meiner Nase Der Sunny ist da Der Sunny ist da Wir brauchen dich nicht, wir kommen hier besser Ja, mach du das Was hast du grad gesagt? Nein, er wollte sagen Wir kommen hier bestens klar Ja, dann mach ich nix Nein, nein, der braucht noch einmal Morphium Aber Brauchst du Morphium? Gib mir Morphium, bitte Alles klar Vorher muss ich deinen Puls checken Ach ich kann deinen Puls nicht mehr checken Weil oben rechts die Meldung steht Ähm Morphium Oh Ich dachte wir haben es geschafft Nee, wir haben es geschafft Erst wenn zurück in Basis Coating starten Zurück, zurück, zurück Okay Habe ich jetzt einen Offi gekriegt? Ja Ja Gelb Ich rauch die Straße ein Wir sollten uns vielleicht erstmal zu einer anderen Position zurückziehen Ja, ja Ich hab ihn im Blick, der ist auf 206 vorne im Busch Gleich hast du ihn nicht mehr im Blick, der gleich kommt drauf Wir haben einen Status angefangen von 1 1 da oben Ne 1, 2, 2, ich bin Ich bin 3 grün Oh Äh 4, 4, 4, 4 grün Okay, wenn alle laufen können Wir ziehen uns 100 Meter zurück die Straße, die wir gekommen sind, um die Kurve rum Da sind wir aber alle Hauptfleisch Ich würd' vielleicht sagen, zur Kirche zurück Und du hast du noch bekommen? Ich bräuchte Adrenalin ja 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 komm herr komm herr komm herr bleib stehen bleib stehen mal's atropie äh äh epi epi ist drin lass uns zur Kirche zurückziehen Merci Was macht denn das ADM bei oben? das was sein Job ist wahrscheinlich Monti lebe doch nochmal epi ja nicht bewegen check mal vorher Puls nochmal äh ich kann leider deinen Puls nicht mehr sehen weil die Message von der Mission hier oben rechts steht und nicht mehr weg geht äh ich hau dir mal epi rein hab die rein klickt so nach 30 würd ich sagen klingt nach 30 ja geil frei ausgeschaltet wir kriegen Granaten rein hier ja wir Kirche komm Kirche Kriff 2 Minuten wir gehen zurück zur Küche erstmal die natürlich noch nicht gecleared ist friendly 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 ja aber das ist glaube ich einfacher da jetzt hin zu kommen und äh als hier unter Beschuss zu stehen ich hab beide geholt super so eins und zwei laufen drei vier fünf geben Feuerdeckung kein irgendwie okay freigeht WOOOOOOAAA LADE Ok, ok, nachrücken 4 rennt, Kreuze 4 rennt, lauf Ihr könnt nachrücken Wenn machen wir uns ein Loch in die Wand Achtung, Friendly, 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 Friendly Kreuze, 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 Kreuze Ich brauch nur unseren Sunny Ja, Sunny kommt Äh, Sunny brauch aber selbst grad erst einen Sunny, einen Moment Gibt gleich um, glaub ich Da hab ich auch gleich Da haben wir was gemeinsam Ja So, ok, wo bist du, John? Da ist John Ja, John steht an der Tür Äh, ich glaub ich hab extreme Schmerzen Mein Puls nicht fühlt auch jetzt Nichts machen, nichts machen, nichts bewegen Das bricht hier sonst alles ab Nein, das geht ja gar nicht Nichts machen Ja, ja, nix, ich mach nix Die Geräusche, meinst du, ey Gott? Ja, ey, wie gesagt Er hat einfach Von 30, so So Jetzt müsstest du geheilt sein Äh Ja, es blitzt und blinkt Unser Sunny ist richtig los Ach, na super Äh Ich brauch mal grad Kannst du mal grad weg Oder haben wir noch einen zweiten Sunny hier? Was hat er? Was hat er? Er hat Schmerzen, hat er gesagt Ähm Ich will nicht, dass er Schmerzen hat Warten, warte mal Er hat ein Tornicket Er hat ein Tornicket Er hat ein Tornicket Remove Tornicket Ja, hast du schon weg? Ja, ich hab's abgemacht Äh, lass mal Blutdruck überprüfen Bevor wir ihm reinhauen Blutdruck ist Blutdruck ist Blutdruck ist normal Blutdruck ist normal Blutdruck ist normal Blutdruck ist normal Die Puls Ist die Grafik, äh Ist in der Grafik Blutdruck ist rot Ach, fuck Hat jemand Adrenalin? Das war kein Adrenalin Das gibt kein Adrenalin Es gibt kein Adrenalin Epi, äh Gib ihm mal ein Epi Ich hab noch ein bisschen Epi Ich hab noch ein CPR Machst du Cpnr? Ich geb ihm ein CPR Ich geb ihm ein CPR Machst du Cpnr? Machst du mal die CPR Was habt ihr denn hier gemacht? Ja, Monty ist bewusstlos geworden Ja, Monty ist bewusstlos geworden Weil er sich selber auf den Tornicket angelegt hat Boah, muss sehen Dieser ist uncool Selbstverstirbelungsfritisches Wolltüberprüfen Das heißt, finde ich Ein CPR durch Ein CPR durch Ja, CPR weitermachen Chris bleibt lieber drin hier Kann irgendein Epi geben von euch? Ja, hab ich ihn gerade Ja, ist schon scheiße Wenn der Medic immer umkippt Das ist, äh Ist schon ein bisschen blöd Ja, das glaub ich bringt nichts Wenn du gleichzeitig das CPR machst Mach mal eine fertig Und dann sagt man, wenn du fertig bist Wenn du Pause machst Gib ich ein Epi Eine ist fertig Mach Chaka Okay, ähm Von Epinephrin Gib nochmal Epi Und die Stuck bin ich weg So So, prüff nochmal Pulse Ich mach CPR Währenddessen Ja, mach Kein Pulse gefunden Was soll'n der Blödsinn Was? Kein Pulse? Ja, okay 2 Epi hingegeben Ja, richtig Epi oder Morphium? Epi Was ist denn genau HLW? Herz Lungenwiederbelebung Ja, das ist das, was ich gerade mach Epi Ah, okay Einfach weitermachen, würde ich sagen, oder? Der muss ja irgendwann wiederkommen Ja, er wusste gar nichts John kontrolliert Frequenz Keine John benutzt Epinephrin John kontrolliert Herzfrequenz Keine Was ist mit normal Ist normal Ist normal Ja, wir müssen ihn aber irgendwie wieder aufwicken Ach, verdammter Penner soll nicht schlafen Dann geht ihm jetzt nochmal Epi Wie oft soll ich denn gerne noch Epi in seine Blutbahn jagen? Oft? Ist er aufwacht Äh, ich... Ist er aufwacht? Ich geb ihm auch mal grad einen HLW Vielleicht kriegen wir's zur Zeit ja hin Diese Nachricht ist ganz schön nervig Ah, ja Die Verdeckung ist Ja, es steht ja auch auf der linken Seite, ähm Wann was gemacht wurde Der letzte Blutdruck war 119 zu 79 und 1254 Das ist, äh... Drei, sieben Minuten her Ja, aber der Blutdruck hatte nichts mehr dazu zu tun Rettet mich Sehen, dass er wieder einen Puls kriegt Auf, komm Gebt ihm Adrenalin Ah! Uah! 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 Ja Okay, 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 okay Ich hab vergessen, mir das Tornicket wieder abzunehmen Als ich umgefallen bin, ist es mir direkt eingefallen Lass den nächsten Puls überprüfen Bevor wir dir noch was reinjagen Ja, ja, alles gut Du kannst ruhig nochmal einen EP reinjagen Ich hab keins mehr, ich hab ihm die gerade alle gegeben Die ich hatte Ich... ich mach mal Und sowas schimpft sich Senne Er bindet sich seinen eigenen Arm ab und vergisst es Ja, wir lagen unter Feuer Ja So, okay, Krieg Na gut, das sollte so ein Geburt haben Stell dir vor, wir hätten jetzt unter Feuer gelingen Ja Aber wie gesagt, die Anzeige rechts oben blockiert die Anzeige zwar, aber verlinkt die Anzeige Aber man kann's in der... ja, genau Alter Vater Und die Anzeige oben Pentriert den... Und das gucken uns auch noch Leute zu Wie viele denn? Wie viele denn? Zwei 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 Leute Hallo Leute Hallo, ich mach mit du oder was Und ich... Big Buck ist glaub ich keiner von denen Oh So, sind die jetzt alle wieder fit oder was? Ja Ja Ja, dann komm her Dann komm... komm mal hier zu mir Soll ich mich hinlegen oder... Warte, ich muss mal gucken, ob ich dir vielleicht sogar noch einen Tourniquet irgendwo dran heften hab John, du kannst es dir mit allen verscherzen, nur nicht mit dem Maddix Da vorne Feinde Ja, wenn du nicht... Alter Du wirst du nur mit deinem Ding rumpacken Oh ja, da sehe ich auch welche Wenn du nicht... Nein... Überall Halt auf zu jammern Seid ihr Männer oder seid ihr Mäuse? Mäuse War klar War so klar Ja Ja Da auch Siehst du die nicht? Oh ja Da waren welche Jetzt kommt hier so eine Unterlaufgranate rein Wie geht's hier? Kriegst du ihn hin? Ja, es ist alles in Arbeit Alles gut Oh, ich seh die, das ist schon geil Ja, es ist ja noch alles gut Aber ich hab halt diesen weißen Flash Blitz, der irgendwie über den ganzen Bildschirm geht Jaja, du kriegst jetzt von mir, äh... Du kriegst jetzt von mir, äh... Martin einmal reingesetzt Ich hab schon Morphine mir selber gegeben Sollte eigentlich einen relativ schwachen Puls deswegen haben Dann kriegst du erstmal ein Epi Und Waffe-Temperaturpuff Der wird ein Thermometer reingewandert Ohhhh Ja klar Epi... Morphine Kampf-Thermometer Für den militärischen Einsatz Achso, ich kann es ja auch vergessen, weil die Anzeige... So, jetzt müsstest du eigentlich schmerzmäßig, äh... Der ist ja nicht mehr ein funktionierenden Medic Danke Gerne Ich komm noch weiter, oder wer sieht's aus? Negativ Hab ich jetzt nicht verstanden? Mich bitte nochmal durchchecken Ja, kommst du zu mir? Ich wollte nicht vor dem Fenster stehen Ja, alles klar, reicht Ich hab keine Schmerz, äh... kein... kein Dingens, aber... Hab die scheiß Anzeige noch Aber ich schätze mal, es ist Vanilla Äh, ich kann ein Operations-Set bei dir benutzen Hey, Beschuss! Die Scheibe geht nicht kaputt Ach, die Querschläge... Ist Vanilla weg? Was? Müsste weg sein Sind das echt Querschläge von Feinden? Nein, das waren meine Genau, ich hab, ich hab, äh... ein Operations-Set von uns Ah, einmal zugenäht Sehr schön Genau, aber wir hatten nur eins, jetzt haben wir keins mehr Ja, krass Äh, wie sieht's denn aus? Fliegen wir zur Basis zurück? Holen wir was Neues? Oder... Wir sind doch noch voll ausgerüstet Hier, mit denen wir gekommen sind, zurück zum Heli Fliegen zurück in die Basis Und gucken, was passiert Okay Eins geht's Lalalala Uiuiuiui Der ist mutig Drei geht Ja Vier geht Fünf geht Gruppe durch Denkt dran, es können sich noch Feinde im Gebiet bef... Ge... Will... Befinden Ich? Ja, ich hab schon mit diese komischen Schmerz-Anzeigen hier... Ist doch... Ja, ich... Ja, das ist, äh, weil jetzt doch der Parameter-Gesetz ist, müssen wir, äh, Commander noch sagen Kann ich nachher auch machen Oder wir ändern selbst ab, das geht ja auch Ja Das, das konnte er jetzt ja nicht wissen Äh, was konnte Commander nicht wissen? Ach, ist das das Ding mit, äh, Wunde geht wieder auf, oder was? Äh, Schmerzen, äh, fangen wieder an Ja Achso Und bei dem... Das ist, was er eben ausgeschaltet hat Bei dem Gebugge hier Den sag ich mir schnell nochmal ein Morphe und ein Epi rein Erst ein Epi, dann ein Morphe Gruppe Halt Kurz auf Eckart warten Nix da, Mission fehlgeschlagen, das kriegen wir hin Äh, geht weiter, wer kriegt denn da auf der Straße rum? Jam John Boy Hm, Morphe hat nicht gepackt Ey, Monty, ich würd sagen, er ist negativ aufgefallen Strike Lass uns ein bisschen beeilen, bevor ich die Gänze umkippe Okay, Abmarsch Eins geht Eins geht Zwei 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 geht Vier und fünf gehen auch Ich denk mal, wir können hier abkürzen, direkt links, äh, äh, direkt Richtung, na, Terminal Verstanden Ist er sehr direkt Ja, bevor ich ihn noch umkippe Ne, ich mein, wie wir uns gedreht haben Irgendwie machen wir hinter mir Ja, wenn du umkippst Gute Idee Ja, ich kann, kann ich schlecht sagen, stehen bleiben Ja Stimmt, und die ganze Zeit auf CTAP guckt man ja auch nicht Eben Ich meine doch irgendwie schon, aber Aber nicht bewusst Witzig, dass die letzte Morphyspritze nicht gewirkt hat Gar nicht? Ja, du bist schon abgeladet Ja Bitte, Feuererlaubnis auf den weißen Ballon Auf 12 Uhr Negativ Negativ, hält nur auf Gib Gas Verstanden Dass die Leute ja immer alles erschießen wollen Äh, Chris Eckhardt, wollen wir wieder Fahrrad spielen? Überspringen Beschuss! Ne Alles getrennt Nachrücken 3, 4, 5, nachrücken Überspringen Feinde auf 0, 4, 3 Und Friede Dann hau doch deine kurzen Kilometer dann mal hoch Bin getroffen Lauft! Ich kann nicht laufen Oh, ist das nicht dein Ernst? Wir müssen in irgendeine Deckung Ich kann dich doch jetzt nicht hier verarsten Naja, doch kommt ein Stück weiter hier AAH! Aua! Jetzt hab ich auf dich geschossen Oh nein! Christopher! Okay, der Vorteil ist, wir können ihn jetzt Bleib wach! Neh! Neh! Es fehlt jetzt ne Fade Tony, was los? Triffst du nicht? So! Tournicket Ah, schade, im Kopf kann man kein Tournicket anlegen 40 Grad Über 31 Meter weg Los, bekämpft das! Ich flieg den hier zusammen Stopp! Alter, ich schieße jetzt auch nochmal Alter, links sind noch welche Alter, links sind noch welche Und die, wenn's nicht geht, schnappen wir die, packen wir die auf den Rücken Alles gut! Ne, ne, ist alles gut Lade Hier sieht noch jemand Kontakte? Hase, 50 Meter voraus Das ist dein einziges Problem Weißliche Kontakte Wir sind Kampfhase Fuck! Weg hier, weg hier Müsste es wieder da sein? Christopher? Ja, ja Sehr gut Kämpfen Reine Jetzt können wir abrücken Alle abrücken Marsch, marsch, marsch Vier läuft Zwei geht Ich gebe Unterdrückungsfolgen Ich gebe Unterdrückungsfolgen Verletzt und Eckart zuerst Ich heiße nicht Eckart Okay, ihr könnt weiter Lauf Lauf Ich bin leer Ich laufe auch Ich muss kurz anhalten Ich muss mich verarzen Coding, Helikopter startet da machen Du bist vorne, ne? Nee Frage, soll ich euch abholen? Negativ Wer ist Monty? Enter Läuft Okay, Jungs Reicht Lauft Lauf Scheiße Da war der Puls zu niedrig Monty hat's erwischt Monty hat's erwischt Ach shit Monty Monty Könnt ihr Deckung was denn aufgeben? Wir müssen erst noch Monty zusammen pflicken Wir müssen erst noch Monty zusammen pflicken Er wüsst mir nur Epi geben Ne, der Hase aber Was hat der denn Schubil überhaupt? Er braucht wieder Epinephrin, wie es aussieht, oder? Gute Montypulverpflichtung hat kein Puls Epi geht rein Ähm Die wird gelaufen lassen Ja, das geht nicht Nicht aussteigen Ähm Bleib drin Eckart, häu dir mal so viel Epi rein, wie du hast Zweites Epi kommt Abweich Puls 2 4 3 10 8 8 4 5 5 5 Rein in den Heli, da ist rein in den Heli Alle rein in den Heli Dekka, zack, wahn Kuss 2 drin 2, 1 drin Dekka, wohnen siehst du wieder einer 2 drin Der Hueli stürzt nicht ab Alle drin, Abflug Dann bitte Feuer, Wartens Feuer frei Der Sound klingt scheiße Ich fühle mich in meiner Immersion hart gestört Oh nein, die Immersion Dachte er, der geht zwar mal umgekehrt Alter, das war grad knapp Also da hat einer, der zuschaut Hat gerade gewettet Dass wir noch abstürzen, ja? Also ich bitte, dass wir heile ankommen Kann nicht sein, ich fliege nicht hinterher bekommen Wir haben was, ne Rakete hinterher gekriegt? In den Augen gegangen Ja, Alter Typisch Und ich sag noch, das könnte noch fein nennen Wie der sogar der Z-Reis ist Bis zur Base ist Äh, warte Ist noch ein Stück Noch ein Stück Noch ein Stück Ah nein Vorsicht nicht sein mit dem Landeen Mit dem Landeen? Mit dem Landeen? Noch zwei Kilometer Hier ist nur noch eine Die haben's geschafft, aber dann irgendwie doch nicht so richtig Nee, geschafft haben wir erst, wenn wir in der Bahn zu kommen dürfen Ah, da vorne, ich seh die Infofenster rechts oben Ja Ist nichts übersehen Ah, ja, alles klar Hätte ich mal lesen sollen Weil es bringt nichts, wenn ein Gegner ausgeschaltet ist, aber keine Vollzugsschmeldung ans HQ gemacht werden kann Weil alle droht Ja, ist, äh, bisschen doof dann Gunt, dass wir leben Da, da, da ist ein Tor, das siehst du, ja Da, da, da ist ein Tor, das siehst du, ja Ne, jetzt sterben wir noch an Kolins Ey, ey, oh, Alter, du hast den Lateranmaster gesehen, ja Alter, du hast den Lateranmaster gesehen, ja Alter Oh, mein Gott Oh, mein Gott Ah So, kurze Nachbesprechung Alter Vater Das war halt stressig Ja, sehr schön So, da wären wir wieder Monty fängt an Und ich muss meine Übertragung jetzt ausmachen Sekunde, bevor wir dazu kommen Ich hab einen Grenadier In Klammern RPG-7v2 getötet Hab ich auch Und? Hä? Fragezeichen? Versteh ich jetzt nicht Grenadier mit RPG Am besten noch Medic Mit MG Jetzt sind nicht die RPG-Granaten Die heilenden RPG